Und damit hoffentlich willkommen zurück. Gucken wir gleich mal, sieht gut aus. Auch da. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die wird nicht gebaut. Okay. Da stehe ich safe. Da tangiert mich aktuell wirklich gar nichts. Von dem her. Jo, läuft. Wir kriegen als nächstes Hems-Klamm. Wird nicht leicht, aber ist gut machbar. Ähm, wir rennen dann hier rein. Dann müssen sie da hin. Ja, schauen wir mal. Oder ich will mir doch erst... Ich will gierig sein, aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist, den zu töten. Das ist der Plan. Ende. Jo. So, Hems-Klamm zuerst. Sollte easy werden. Aber das guck mal dann. Dann haben wir Hems-Klamm eingenommen. Mega geil. Mega geil. So. Das ist gut. Oh, ein Fehler. Ein Fehler. Ein Error. Game Crush. Crush. Aha. Oh, Runtime Error GameDot. Runtime Error GameDot. Noch mehr Runtime Error GameDot. Oh, no, 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 no. Okay. Ähm. Deswegen speichere ich so häufig. Deswegen speichere ich so. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Es wäre mega schade, wenn... Irgendwas lief da schief. Wenn das Game jetzt häufiger crasht. Aus Gründen, die ich nicht weiß. Ja, wäre bitter, ne? Schauen wir mal. Das Spiel macht es mir nicht leicht. Ganz im Ernst. So, das ist der Plan. Was haben wir noch? Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Okay. So, lassen wir das jetzt. Ich speichere es nochmal ab auf einem anderen Slot hier. Nehme ich überhaupt noch auf? Seht ihr das alles? Ja. So. Zweiter Versuch. Hoffentlich klappt das. Auf einmal Error. Aber er hat kein Gasthaus. Das kann es nicht sein. Hm. Ich hoffe nur, es passiert nicht wieder. Ich weiß halt nicht, was der Fehler ist. Das ist halt das Ding. Dieses Spiel ist uralt und schlecht gepatcht. Schlecht programmiert. Und gemoddet. Und gemoddet, extra gemoddet, unofficial patch und so weiter und so fort. Es wäre cool, wenn man aus dem Fehler-Lock irgendwas rausbekommen würde. Aber dafür muss man halt studiert haben. Und das habe ich zwar, aber nicht das Richtige. Das ist von mir her. Okay. So, das ist doch schon ein ganz guter Schaden. Hier können wir auch noch gleich ein bisschen Feuer und Klamme machen. So. Ja. Easy, oder? Hallo. 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 Und ab nach da. Ab nach da oben. Kommt ihr da durch? Könnt ihr da durch? Diesen Low, die müssen bitte gehen. Okay. Schön. Ja, bisher schaut es ganz okay aus. So, ich baue hier einfach mal eine Festung hin und hier einfach mal sowas hin. Nicht, dass ich durch irgendeinen Zufall sterbe. Hatte ich schon, brauche ich nicht nochmal. Der macht gut Schaden auf die Festung. Wie viel macht dieser Feuerball Schaden? Okay, da war ein normaler Angriff macht mehr. Okay. Also das ist gut gegen Truppen, nicht gegen Gebäude. Okay. So, der Drache fliegt jetzt hier rum. Tötet alles, was er sieht. Und der Rest läuft dann schon. Irgendwann ist alles tot und dann ist auch tot. Das Gebäude ist fertig. Na? Okay, noch nicht. Irgendwas hat er noch? Was zu tun ist. Was auch immer das sein soll? Na, schau mal mal. Könnte auch ein Baumeister sein. Oder ein Gebäude zum Ausbilden. Ja, richtig. Eine Kaseine könnte hier hinten zum Beispiel stehen. Vielleicht. Maybe. Ja, da hat sie gehört. Ja, da hat sie gehört. Okay. Das Fass hätten wir auch hinstellen können. Das neue Gebäude ist fertig. Aber okay. Aber okay. Aber okay. Aber okay. wir verstecken sich mal. Da ist ja was. I bims. Da schießt. Der macht kaputt. Schön kaputt machen. Daraus kommt auch noch hin. So. Da, 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 da. Boom. Helms Klamm gehört uns. Was sehr schön ist. Ist richtig, ne? So. Instant speichern. Nicht, dass wieder ein Game, das Blähl Crash kommt. Auch alles behalten. Instant speichern. So. Weiter geht's mit. Wer hat das gedacht? Minas taugul. Ta 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 da. Easy free win. Abstauben. Sollte nicht so schwer sein zu gewinnen. In Minas maugul. So. Los geht's. Woo. Das. so viel aber nicht aber es war ich ich kann mich so hinstellen weil die immer von der seite kommt hallo ja du kies hier bitte auf pferdchen skorpion so den dahin 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 ja könnte sie das lassen ich brauche natürlich jetzt ein bisschen zeit um alles aufzubauen aber das so an und fühlt sich schon ich weiß halt nicht ob die ganzen tippen behalten darf aber wahrscheinlich eher nicht da ist ein baumeister gestorben wir machen zu das ist kein gollum sorry das ist ein baumeister solltet ihr eigentlich wissen aber so langsam kriegt kopfauer vom tragen des headsets das heißt nach dieser episode wird schluss sein aber vielleicht überziehe ich auch ein bisschen und noch eine extra bonus so hier geht's bitte irgendwo in sicherheit so ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wir werden sie überhände wir werden sie überhände wir werden sie überhände wir werden sie für klassen Kann man töten? So. Blick auf. Ach, hier hat es noch mehr Kram. So interessant. Man könnte jetzt natürlich Schießübungen anstellen, aber ist eigentlich ziemlich egal. Er kommt dann immer raus. Und dem ist das voll wurscht. Ja, behalten wir die mal da. So, jetzt hat es noch einen Feind, der übrig ist. Und das war's. Und das schafft er doch niemals. Vielleicht zwei. Maximal. Aber was will er damit jetzt noch groß schaffen, ne? Mit den Bims-Truppen, die er da hat. Hä? So. 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 Mit Eis. Jo, das könnte man machen. Okay, bilden wir mal aus. Das ist Gollum. Da hast du Leute. Es ist immer doof, wenn du den Leuten sagen musst, dass sie tun sollen, was du denen sagst. Öh. Da kann es mit Volkssamkeit und Loyalität nicht weit her sein. Der man halt diesen basisch, basic stuff wiederholen muss. normalen dass jeder wissen sollte lustig ein ring verloren schnell bringt den festung naja geht schon wie viel muss ich noch bauen hier geht noch was sind hier geht noch ja drei prozent ist sehr schlecht das machen wir nicht da geht noch was hin und der worte schatzlager bitte aus macht einfach irgendwas 10 prozent ist nicht gut aber hier ist noch gut mehr geht nicht ja ein bisserl was dennoch die nehmen jetzt einfach mal schmeißen sie weg die truppen oder sehen wir schon gut warum fühlt sich so gut an sich zu strecken ist krass einer muss ein turm bauen das ist kein platz mit drin ist so klingt gut so greift mal an so das was das Oh, das ist schön. So. Das ist ziemlich egal. Mach's mal das da, bitte. Ah, jetzt gibt er auf. Oh, easy. Pum, pum, pum. Kann man das touchen? Ja. Easy. So, irgendwer hätte irgendwas nicht gedacht, dass irgendwas passiert, aber okay. Cool. Bald darf ich hier Truppen behalten. Bald geht's los. Bald kann man durch die Gegner durchrasieren, sobald ich das Geld habe. Nice. Weiter geht's. Hier lang, der Rest bleibt stehen. Okay. So. Ich glaube, ich baue hier einfach einen Gang. Ein gutes. Und dann gehen wir hier hin. Zwei Gegner. Ja. Ja, aber ich möchte über Isengard und dann hier nach Doiguldur. Kann du. Doiguldur ist da. Ansonsten gibt's hier nix. Fornos ist ein bisschen weit weg. Ja. Kann man machen. Heimsklamm. Heimsklamm verteidigt sich eigentlich voneinander. Er braucht halt hier ne Armee. Bevor er angreifen kann. Wer hat hier grad keine. Und dann werde ich das, was ich hier alles ausbilde, einfach rüber nach Heimsklamm schicken. Dann bauen wir jetzt erstmal hier ein Schatzlager. Damit wir die hochleveln können und bauen den Gang später. Ich glaube, das macht Sinn. Der Rest bleibt einfach stehen, wie er ist. Das passt nämlich. Und gutes. Das bekommt jemand anders statt Morda. Das ist sehr gut. So, wo sind wir jetzt? Okay. Also, die Runde spiele ich noch. Danach ist Ende. Easy. Easy. Eigentlich könnte ich hier Automatik machen. Aber, wie gesagt. Ich spiele den Run mit keiner automatischen Schlacht. Außer es gibt ein Bug und ich muss es tun. Deswegen habe ich mir diese Option noch offen gehalten. Weil manchmal backen Land rum und da macht Stress. Aber ich speichere mal zur Sicherheit ab. Ja. Speichern, 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 speichern. Und los. Okay, los geht's. Gehen wir erstmal da hin. Es ist kein Drogers Kampf, leider. Alles okay. So, und Festung. Nur für den Fall der Fälle. Festung. So, die hüpfen so rum, weil sie denken, oh, preist die Standarte an. Ich würde mich interessieren, wo der Gegner ist, aber ich finde ihn schon mal. Da ist er. Na. Drückt das hin? Zerstört alles. Ja. Ja. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn er das hier überlebt. Auf irgendeine erdenkliche Art und Weise. Aber ja. Die, ich finde das nicht so rum. Sie hat das. Easy. Tschüss Mordor. Mordor ist bald raus. Das sind die Orks die Herrscher von Mordor. Ha. 2,20, easy Ich habe durchgehalten, es läuft Habe ich Minas Morgul nicht einmal verloren gehabt? Geht es mal ein bisschen zurück in den Folgen Irgendwann, glaube ich, hatte ich Minas Morgul verloren gehabt Und dachte, das war es Aber dann sind sie weggegangen zu Totensymph oder sonst wohin Oder haben sich aufgeteilt Und ich konnte es zurückerobern Das war nice, aber Böse, 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 böse So Noch einmal Minas Morgul Dann Pforte von Rohan So Und dann war es das für heute schon wieder Aber dann haben wir es Und dann können wir glücklich und zufrieden sein Und uns freuen Und laben Naja, und um 18 Uhr, heute ist ja Samstag Heute gibt es Community Clash Das ist in zwei Stunden Da Aber ich bin vorbereitet Ich habe jetzt geübt Jetzt heute Haha Also wundert euch nicht Wenn es heute die Ultra-Klatsche des Todes gibt Luke ist nicht da Der in Urlaub Tja Auch hier hat es aber viele Gegner Katapult Euer König spricht Euer König ist gay So Jetzt wisst ihr Bescheid So Da geht's hin Da geht's hin So Hallo 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 So Der macht mal hier was Und der macht mal Hier was Und dann bauen wir hier was Und dann machen wir das Und das Und das Und das Und das Und das Oh wow Der Adabon muss weg Boah der Schaden Sick Mit Fackeln So Wo geht's lang Hier bauen wir was Hier bauen wir was Hier bauen wir was Und hier bauen wir was Hier bin es der Baumeister So Da Hier Ich mag dieses E-Bims Das ist so ein richtig neues Für mich neues lustiges Mim-Ding So Der E-Bims Der Servus-Clan So Okay Also was auch immer das soll Aber Ja Können wir machen So Aha Passt schon Komm mal lassen Ist es meiner Nein Wir müssen den Gegner Den würde ich gerne töten Na ja So alles aufbauen So alles aufbauen Es ist halt wirklich easy Es ist immer die gleiche Ich wette ein paar von euch Skippen da drüber Aber vielleicht auch nicht Vielleicht passiert ja plötzlich mal was Spannende ist was ich nie glaube Weil Das ist das Spannende was passieren kann Dass ich mich selber abknall Mit dem Katapult Spannender geht's nicht Wie Die Gegner sind schlecht Okay Sehr schlecht Aber deswegen spiele ich auch gegen 5 KIs Weil Alles andere wäre zu einfach Na komm Ja passt schon Ist ok Bambam Bambam Easy Läuft Doch Irgendwo geht da So Siehst du Oh je Wir haben keinen Sammelpunkt Die Zeit der Dunkelheit ist schon längst da Wenn die Nacht ist dunkel Und voller Schrecken Oder finster Aber ich glaube dunkel Blöpso Ah das ist nicht so gut 10 Ah den Baum ist trotzdem Komm Bissig Das ist gut hier 30 Doch Hä Aha Siehst du 34 Das ist ein Unterschied So gibt es hier noch was Hier vielleicht Aber eher nicht Also die Isengard Musik ist eine der Besseren Definitiv Die hat richtig Richtig so gefährlichen Wumms Mag ich sehr Komm schon Schatzlager Gehts einfach hin Ist schon ok Das will er auch groß machen Da geht halt nix Das ist die Stufe 6 Aber der stirbt halt ja jetzt Guck mal hier Schaden Und tot Da kommt der nächste Dranduil oder Glockhündel Na gut der schaut drauf Aber der stirbt halt trotzdem Und tschüss Easy Easy going Das ist ein Turm T Y Da greift es doch mal Lauft es doch mal gescheit Seid bereit Attacke Macht euch bereit Horst Ich bezwingt niemand Nicht nachlassen Dies Hirsch Dieses Land wird uns gehören So Maldokriegler Ja klar Ganz schön So So Schön anbreifen Katapulte kaputt machen So Passt du oder Das ist ein Hexenkönig Da hinten Kann man machen Muss man aber nicht Du sollst ja auch da abhauen Hab ich gesagt So Die sind gleich weg Was ist denn der Typ hier Der ist ja ewig Lol Ist das Gasthaus Egal Und er gibt auf Und da kommt der Ballrock So Schöner Endscreen Komplette Vernichtung Feuer und Flammen Orcs Tod Dunkelheit Also auch lustig Also auch lustig Dass man Dass man Verderbnis Und Flammen Immer mit Dunkelheit In Verbindung bringt Obwohl ja Flammen Licht sind Macht eigentlich null Sinn Macht eigentlich null Sinn Wenn man sich so überlegt Aber ok Verderbnis Dunkelheit Flammen Ja Und so So der Grund Warum ich die alle weg Baller Obwohl ich sie behalten könnte Ist Ich will da drüben ausbilden In Hensklamm Das ist wichtig Dass ich in Hensklamm ausbilde Ja Und die Schlacht wird nicht ganz einfach Ach nee Sind es ein Gegner oder zwei Ich dachte dass wir an zwei Aber er hat keine Festung Hat er eine Festung? Ich habe jetzt nur eins gesehen Keine Ahnung Muss ich gucken Ich weiß es nicht Warum bin ich heute nur so müde? Ich check's nicht Ja es ist nur einer Ich dachte dass wir an zwei Dann wäre es halt halbwegs schwer Aber so ist es halt Geschenkt Hä? LOL Ja mach doch mal Weißt du was? Egal Ach Flammen machen den keinen Schaden Es ist lustig Er hat zwar übelst ineffizient getradet Aber Passt schon Kann man machen So wo fliegt ihr jetzt lang? Warum zu dem Wagen? Macht das irgendeinen Sinn? Ne mach das nicht Ich baue jetzt vielleicht eine Festung Und mehr solchen Krams Ja warte ich kann hier nichts ausbilden Und nicht ihn sofort vernünftigen Aber ich glaube ich kann hier eh bloß auf 360 gehen Das war's Deswegen wirkt mir das hier gar nichts Ah ne ich habe einen Helden Ich kann auf mehr gehen Ja ist egal Dann Passt schon Ich lass es jetzt wie es ist Ich muss ja nicht Extra hier rumschieben Ne 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 warte 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 Ich hatte diesen Plan Und ihn sollte ich dann noch durchziehen So jetzt gehen wir mal hier hin Ne? Genau In der Festung soll ich hier erst recht nehmen Ich muss nur Bogenschützen ausbilden Einfach nur Bogenschützen Orchsen Das war's Und ne solchen Krams Sie kommen schon wieder Ihhh sie kommen schon wieder So War zu Pferdis So der Drache verteidigt mein Territorium Das ist praktisch So ein Drachenzorben der das macht für einen Gefällt mir Ich bilde es jetzt einfach aus Einfach ausbilden Gute ist So viel wie halt geht Alles tot Wie sie Warte mal Ich kann doch den hier patrouillieren lassen Oder? Das wird spannend So was macht der jetzt? Ah ja das funktioniert Der patrouilliert jetzt hier Tja Ey es ist so geil Ja dann lasst es Ja dann lasst es So geht er dann wieder da hin? Ja schon gut Das ist halt schon mal ein Gegner Ne? Man denkt sich hier so Ja hier Hä die Wölfe greifen den Drachen an? Ihr seid lustig Wir machen euch die Arbeit Wir machen euch die Arbeit Dieser Arme Haltet euer Weg Mehr geht nicht Das ist kein guter Platz Arbeiter Wieder mehr geht Die Krieger sind hier Hallo Die Burgenschützen sind hier Ah der Dreibaumeister Okay Oh Warge Komm die kann ich mich kümmern Das geht Na komm Doch nicht zwei Eins Das ist schön Ja Saw Warge 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 Was für Warge Blululu Hier voll Furytown ua Tausend Millionen Warge Ja Wer wagt es Da mich anzugreifen Spaßwitz So Okay, lass mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier alles? Na komm. Okay, geht's mal in Formation. Ich will wissen, wieviel ich habe. 5 zu 3 ist aber nicht so gut. Ich hätte gern mehr. Also 5 zu 3 ist nicht so geil. Aua. Oh man, das waren die mir jetzt doch kaputt. Das bringt ja gar nichts. Also 2 hier brauche ich noch. Schauen wir mal an. Ah, es ist der Tod. Die kommen denn mal raus. Aber ist okay. Ich habe ein paar Truppen ausgebildet. Das war das, was ich noch tun wollte. Die schicke ich hoch. Das ist okay. Da halte ich. Solide. Passt. So. Aha, eine Fliege in meinem Zimmer. Ich hasse es. Die werde ich gleich entweder raus scheuchen oder umbringen. Mal gucken. So. Die gehen dahin. Das geht dahin. Ich muss noch die Befehle für nächstes Mal geben. Ähm. Bevor ich mich um die Drecksfliege kümmere. Ich hasse Fliege. So. Aber damit sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. gePD-jcht 3. 5. 5. 5. 8. 9. 10. 11. 10. 11. 10. Untertitelung des ZDF, 2020